Hallo, ich bin die Annabelle von Nestkender.de und möchte meinem Mann erstmal danken für das tolle Video und die Nominierung hier, wo ich natürlich gerne mitmache. Denn es kann nicht sein, dass eine Hebamme, die ins Wochenbett kommt, gerade mal für eine halbe Stunde bezahlt wird, obwohl wir alle wissen, dass kaum eine Hebamme unter einer Stunde die Frau verlässt. Denn sie würde niemals gehen, ohne dass alle Fragen vorher geklärt sind. Und ich muss sagen, dass die Hebammen hier echt tolle Arbeit leisten, wenn man bedenkt, was sie alles dort antreffen. Sie müssen die Frau begleiten, was die Stillproblematiken vielleicht betrifft oder emotionale Dinge betrifft. Es geht ja nicht nur darum zu schauen, ist die Frau gesund und ist das Baby gesund, sondern es ist ja noch viel mehr dahinter. Und diese Begleitung ist enorm wichtig in der Wochenbettzeit. Und darum haue ich auf den Tisch für die Hebammen. Und für die nächsten Videos möchte ich nominieren Fräulein Mierau von Geborgen Wachsen. Ich möchte nominieren Mechthild Deiringer, die Autorin von dem Buch Bindung durch Berührung, bei der ich auch gerade die Ausbildung mache zur EEH-Kursleiterin. Und ich möchte nominieren den Thomas Hahn vom ZEPP in Bremen. Tschüss! 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 Vielen Dank.